Hallöchen liebe Sammler und Sammlerinnen. Heute würde ich einmal ein Unboxing machen und ein Neuzugänge von der Pixelbörse. So fangen wir mit dieses Stück an. Ich muss mal meine Kamera unterhalten. So, was ist in dem Paket drin? Green the Eye. Ja, dann zeige ich euch neue Zugänge an der Pixelbörse und zwar geht es um ein PS1-Spiel, also ein Classic First-Person-Shooter. Metal of Honor, eine US-Version. Dann für die japanische Dreamcast habe ich mir D2 oder D2 und ein japanisches PS2-Spiel, was ich mal haben wollte, ist Harui Suzumiya für die PS2, aber es ist eigentlich eine limitierte Edition. Naja, 17 Euro. Für 2 Euro habe ich mir das hier gegönnt. Da dachte ich, warum nicht? 2 Euro kann man nicht meckern. Und dann ein Bigbox-PC-Spiel, ein Strategiespiel. Ja, das wär's. Danke fürs Zuschauen und Like und Abonnieren. Wenn nicht, habe ich hier auch eine Seite auf den Link, wenn ihr mal liken kann. Und danke nochmal fürs Zuschauen.